Yo Freunde, was geht, was geht? Heute machen wir was richtig krasses. Wie ihr schon sehen könnt, sind wir hier gefangen und wir müssen zusammen mit Lumi so lange wie möglich hier überleben. Aber ihr fragt euch sicherlich, wie kommen wir jetzt hier raus? Das ist ganz einfach. Je mehr XP-Punkte wir haben, beziehungsweise Level, desto größer wird dieses Feld hier für uns. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und ich würde sagen, Lumi, ja, wie kommen wir, was sollen wir machen? Äh, also, ich weiß nicht, schau mal, wir haben da so eine Nachricht, wir müssen, ich glaube, das allererste das Eichenholz abbauen. Genau, ich mach das jetzt erstmal ab, guck mal, was in der Kiste ist. Okay, ich schau da rein. So. Da ist Brot und gebratenes Rindfleisch, wir haben schon was zu essen bekommen, schau mal. Okay, 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 perfekt, guck mal. Gib dir die Hälfte. Man sieht auch schon, oh, du bist der Beste, hallo, hallo, wir müssen das auch schon aufsammeln. Okay, wir haben schon ein bisschen auf jeden Fall mehr Platz bekommen, aber ich will mal den Zuschauern zeigen, was passiert, wenn wir hier so rüber gehen. Pass auf, guck mal. Ah! Hä? Tio! Wieder da, let's go! So, als nächstes sollen wir einen Crafting Table machen. So, das mach ich mal ganz schnell. Was? Ein Crafting Table? Was ist ein Crafting? So, man sieht, die Border wird auf jeden Fall größer und größer und da, oh, da rennt jemand rum? Ja. Da ist auch schon die nächste Kiste, ne, die wir uns anschauen können. Wo ist die denn doch? Alle, hör auf, wir brauchen jetzt eine Pickaxe. So, hast du noch Holz? Ich hab Holz. Ich hab noch Holz, ja, warte. Okay, warte mal, pass auf. Ich hab dir die Hälfte, ich hab dir hingelegt, die Hälfte. Das ist der Beste. Jetzt machen wir eine Pickaxe. So, ich hab, oh mein Gott, ich bin so dumm, guck, was ich geklopft hab. Nein, 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 nein. Ups, Entschuldigung. So, wir brauchen hier eine Spitzhacke natürlich. Eine Spitzhacke. Wir brauchen eine Steinspitzhacke, das ist die nächste Aufgabe. Okay, Stein kriegen wir natürlich unten, ne? Ja, Stein kriegen wir von unten. Hast du, wir brauchen eine Schaufel. Wir machen uns kurz eine Schaufel. Danach gehen wir runter. So, ich geh mal runter nach unten, ja? Okay, mach das. Vielleicht finden wir, ich hab Stein gefunden. Eins, zwei. So. Hallo, lass mich raus. Es ist so dunkel. Hallo, es ist wirklich dunkel. Mach auf. Lass es. Lass mich raus. Okay, guck mal, wir haben auf jeden Fall viel mehr Platz. Wir kommen gleich zu der Kiste da drüben. Das Ziel ist es natürlich, so lange wie möglich hier zu überleben und so viel XP wie möglich zu bekommen. Ihr seht, wir haben Hunger. Ich hab schon ein bisschen Hunger. Hast du auch Hunger? Ja, ich brauch grad noch ein bisschen Holz da, weil Holz ist echt wichtig hier. Mach mal Holz und ich hol... Mach mal eine Steinspitzhacke jetzt. Ja, ja, mach ich. Damit die Borde größer wird. So. Gib mir mal, wo ist unsere Crafting Table? Wo ist das? Unser Crafting Table ist da. So, pass auf. Machen wir das so. Eins, zwei, drei. Drei. Perfekt. Ab. Und sie wird größer. Ein Steinschwert. Mach direkt ein Steinschwert. Bau Steine nochmal ab. Oder gib mir eine Spitzhacke. Dann helf ich dir. Gib mir die Holzspitzhacke. Ich helf dir. Hier, hier. Ey, wir brauchen dringend Essen. Ganz, ganz wichtig. Sobald wir Wasser haben, bauen wir dann ein Haus hin. Ah, hier ist Wasser. Wir wollen hier unser Haus hin. Hier ist Wasser. Wir müssen unser Haus hier hin machen. Das ist nämlich Wasser. Okay, okay, okay. Wir brauchen Rottenflash. Wo kriegen wir das jetzt her? Ein Zombie. Ja, woher... Das muss da dunkel werden, oder was? Ja. Ah, da muss erst mal einer kommen. Oh, wir müssen das schaffen, Mann. Komm schon. Ich hab Hunger, Alter. Wir dürfen nicht zu viel machen. Ich würde sagen, ich geh Holz holen, ja? Wie? Nein, du lässt mich nicht alleine. Hallo? Ich lass dich nicht alleine. Aber wir müssen doch noch ein Haus bauen, weißt du? Du kannst uns jetzt nicht alleine in der Höhle jetzt lassen. Warte mal. Ja, ich komm. Ich bin unten. Ich hör Zombies. Wo? Ich hör Zombies. Oh, warte. Hier. Ich bin da. Mach nicht da. Oh, mein Gott. Hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Ich hör Zombies. Okay. Hinter uns irgendwie. Hinter uns? Das ist auch Eisen. Boah, ich hab Eisen gefunden. Ich bin cooler. Wir müssen da rüber. Komm schon. Warte. Hier, ich hör ein. Ja, ich hör. Ey. Ei. Oh, mein Gott. Du schlägst mich einfach. Du bist doch lebensmüde. Wo ist denn der? Hier irgendwo. Wer zuerst fahrt das Spiel, das ist der Sieger. Oh, mein Gott. Oh, der ist hier. Der ist hier. Hilf mir. Oh, mein Gott. Ich bin gleich tot. Gibt es da Fleisch? Nein. Ja, was ist denn Baby-Zombie? Hat der Fleisch gegeben? Ich muss dringend essen. Essen was. Essen was. Ich hör hier Zombies. Ich auch. Ich glaube, hier oben ist, glaube ich, ein Spawner-Raum. Warte, hier ist ein Spawner-Raum. Da, 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 da. Ich hab Zombie-Raum. Ja. Ja. Greif sie an. Das sind zu viele. Hä? Bist du oben wieder? Ja, wegen der Borna. Oh, mein Gott. Ich bin vor der Garten-Raum. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Ich hab nur noch drei Herzchen. Ich darf nicht sterben, ne? Du musst das jetzt machen. Gut, ich hol das verordnete Fleisch, weil ich cooler bin. Hol es, hol es. Warte, ich nehm die Fackel mal mit. Ah, hast du's? Hier sind drei Millionen Zombies. Schimm mal. Ich mach Licht für dich. Du bist der Beste. So, wo sind die? Die waren doch gerade noch unten. Hier unten, hier. Hier. Bleib mir. Bist du neben mir, wenn du die Rande nicht runter hast, ey? Das ist dein Ende. Das ist dein Ende, Braxy. Was machst du? Das ist mein Ende. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab heute das Fleisch hier. Ja, let's go. Iron. 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 Wir brauchen Iron. Ich hab Diamantenpferd-Harnisch. Hier ist Weizen. Weizen. Eimer. Du sollst hier in die Truhe noch mitkommen? Okay, okay, okay. Ich brauche jetzt Iron-Inget. Das heißt, direkt Eisen abbauen. Hier oben, über uns ist Eisen, über uns. Ich hol das Eisen. Wer will zuerst Eisen, das ist Cola. Ich will Cola. Ich hab zuerst Eisen. Oha, es regnet. Ja. Ja, komm schon. Eisen, ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Oh, mein Gott. Warte mal. Aber wer zuerst einen Eisen-Inget hat, ne? Was ist denn ein Inget? Ja, also. Keine Ahnung. Freunde, was ist ein Inget? Schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare rein. Ich hab keine Ahnung. Iron-Inget? Ingot. Ich weiß nicht, was ein Inget ist. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Was soll das denn sein? Bist du oben? Warte auf mich. Ey, du kannst mich doch nicht zubauen. Wir sind ein Team. Ey, du hast mich echt zugebaut, ne? Nur damit du erster bist. Oh, es regnet. Hilfe. Komm schon. Erzähl, ich hab ein Eisen-Inget. Ja, ich hab auch. Du weißt gar nicht, welches Eisen zuerst benutzt worden ist. Ja, aber du hast ein Inget haben. Ich hab das Inget. Ey. Hier, 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 hier. Ich hab Karotten und Samen. Komm. Was? Ja, Karotten und Samen. Das heißt, pass auf. Nein, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ich mach das hier am Wasser einfach, okay? Okay? Ey, hör auf! Junge! Lass mich in Ruhe. 1, 2, 3, 4. So, wir müssen diese Kiste noch. Craft an Iron Chest Plate. Das musst du machen. Das schaffen wir, oder? Wie viel hast du schon? Äh, oh. Ich hab jetzt gerade... Oh, ich hab jetzt... Oh. Oh, ich hab... Oh. Oh. Äh. Oh. Was denn? Ich hab jetzt gerade eine Schaufel gemacht. Junge, wir brauchen Eisen. Wieso machst du den Schaufel? Das ist nicht dein Ernst. Ihr seid Scharf. Töte es. Nein, nicht töten. Warum? Ich zeig dir, warum. Tötest auf keinen Fall. Okay, wir brauchen aber auf jeden Fall eine Iron Chest. Hier, guck, du musst den machen. Guck, guck. So musst du machen. Hä? Wir brauchen noch Becken. Der hat jetzt keine Haare mehr. Okay, okay. Komm her, Brexi. Warte, ich mach uns ein Steinhaus, okay? Okay. Ich will unser Haus aus Stein haben. Hast du noch eine Schaufel, zufälligerweise? Die hast du ja. Natürlich hast du eine. Natürlich hab ich noch eine Eisen schaufel. Hier mach ich unser Haus. Hier. Warte, genau hier. Wie bitte? Mach das. Aber wir brauchen jetzt mehr Eisen. Ja, äh, wo war denn das Eisen? Das muss weiter unten sein. Ja, in der Höhle. Ich baue jetzt hier unser Haus. So. Ja, okay. Soll ich jetzt alleine Eisen gehen, oder was? Ich mach jetzt das Haus hier ready. Oh, du kannst mich allein in die Höhle runterlassen, Brexi. Doch, kann ich. Warte mal. Unser Haus wird richtig, äh, cool werden. So. Okay, unser Haus wird richtig nicht cool werden. Äh, Bro. Ist es schlimm, dass unser Haus ein Baum wächst? Bitte, was? Also, in unserem Haus wächst ein Baum. Ist das schlimm? Nö, oder? Das hört sich nicht so cool an, irgendwie. So, das Haus ist fertig. Das ist auch fertig. Wie soll ich denn an Eisen jetzt rankommen? Wir müssen Eisen finden. Hast du Eisen? Wieso hast du denn das ganze Eisen, das gesamte Eisen denn verbraucht für eine Schaufel? Ich hab noch, also, ich hab noch Eisen, aber nur noch zwei Stück. Nein. Okay, okay, okay. Wir müssen hier gucken. Hier muss es noch irgendwo Eisen geben. Wer zuerst Eisen findet, kriegt 450, äh, äh, Euro. Äh, was? Okay. Meinst du, hier ist was? Ich glaub, hier ist nichts. Die andere Seite. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich mach mal hier weiter. Haben wir nicht noch irgendwo Eisen gesehen? Oder war das die einzige Stelle? Die einzige Stelle? Wo nachher war das wirklich die einzige Stelle, wo wir Eisen bekommen hätten können. Und du hast draußen eine Schaufel gemacht. Nein, das hätte auch so nicht gereicht für ein Eisenhahnig. Wir kriegen das hin. Go, go, go. Komm schon. Go, 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 go. Ah, meine Schaufel ist weg. Wieder eine Schaufel ist weg. Äh, meine Spitzhacke. Ich mach mir kurz noch eine. Ich geh nochmal nach oben, ja? Brixi! Was denn, was denn? Ich hab Eisen gefunden. Wo bist du? Na oben. Oben. Meine Spitzhacke ist kaputt. Warte, ich hab noch eine Spitzhacke. Warte. War das richtig viel Eisen? Hä? Hier bist... Hä? Wo bist du denn hin? In oben. Hier. Wo hast du die gefunden? Hast du noch eine? Ja, ich hab die abgebaut. Hier. Komm, komm, komm. Wir müssen nach oben. Hier geht's nicht. Ey, wo können wir raus? Und wo sind wir gekommen? Lumi, wir sind gefangen. Weiß von wo. Nein, auch falsch. Hä? Oh mein Gott. Wir haben... Hier. Nein, da sind wir doch gerade gekommen. Bist du lost? Hä? Haben wir uns zugebaut? Hast du uns zugebaut? Äh, ich bin oben, Brexy. Du hast hier zugebaut, oder? Mach mal auf, ich hab keine Spitzhacke. Bro, mach auf. Wieso hast du zugemacht, Mann? Hol mich hier raus. Okay. Komm her. Ich kann mit der Hand nicht kaputt machen. Beeil dich. Ah. Komm doch. Ja, komm doch. Mach auf. So. Ey, du musst mal erstmal unser Haus begutachten, okay? Ey, Bro. Ey, ich höre, ich hasse dich, ne? Ich hasse dich gerade so hardcore. Ja. Ey, hol mich raus. Okay, warte, bis ich hier rauskomme. Baut doch einfach einen Block nach oben, du Börner. Achso, stimmt. Du hast hier absolut krass. Nein. Ey. Ey, ich höre dich drauf. Guck unser Haus. Statement? Kann man noch ein bisschen verschönern mit Holz zu auf denen. Aber bau doch nicht dieses. Das können wir doch noch verarbeiten. Mach die Chestplatte. Gib mir her. Gib mal her. Gib mal dein ganzes Eisen her. Gib mal dein Eisen her. Ja, erst mal ausstellfertig bauen. Warte. Ja, dann gib du mir schon mal dein Eisen her. Hä, du hast doch noch gebaut. Wo ist dein anderes Eisen? Ja, achso. Ja, ich habe noch zwei Ingels hier. Bitte. Ja, damit. Wo ist es? Da. Du bist der Beste. Ich weiß. Ich weiß. So, jetzt müssen wir hier einmal so machen. Dann warten wir auf das Eisen. Hier ist eine Kuh. Hallo. Was sagst du dazu jetzt? Ey, nicht abhauen. Das Haus ist fertig. Zeig mal. Geh sie doch, bevor sie abhaut. Schon abgehauen. Was denn? Was hast du gefunden? Zeig. 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 Ja. Zeig. Zeig. Ist bereit? Ich bin bereit. Oh mein Gott. Wir haben eine ganze Farm. Jetzt hauen die ab. Super. Brexit. Brexit. Geh die. Wir brauchen dich abhauen. Lass dich gehen. Ich brauche ein Schwert. Ich brauche dringend ein Schwert. Das ist das nächste, was ich mir croften werde. Ich hol mir jetzt erstmal einen Baum. Schwein ist rein wir abhauen. Nein. Aber irgendwie wächst unser Weizen nicht. Irgendwann schluckt er nicht. Hä? Wieso? Alles riecht sich immer. Unser Weizen wächst nicht. Ich habe alles riecht. Jetzt mach doch die Jazzplades. Ja. 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 Hallo. Du hast geklaut. Das war meins. Machen wir jetzt erstmal ein Schwert. Nein. Aber nicht aus Eisen. Nein. Nicht aus Eisen. So. So. Wie mache ich jetzt ein Dingsbro? Wie mache ich eins? Ich habe eine Hose gemacht. Das ist aber falsch. Ne? Gib mir jetzt das Eisen. Nein. Sag wie ich es mache. Bitte. Sag wie ich es mache. Bitte. Mach oben eins. Das oberste weg. Jetzt mal runter. Oberste weg. Oberste weg. Warte. Warte. Alles voll. Alles voll. Und das oberste weg. In der Mitte. Ah. Weil das aussieht wie eine Präge. Ah. Okay. Ja. Haben wir mehr Platz? Oh nein. Oh nein. Hey Diamonds. Wo kriegen wir denn die Diamanten her? Was? Warte. Hier. Hier ist noch eine Kiste. Ich gehe mal zur Kiste. Aber warte mal. Bruder. Damit wir Eisen abholen können. Warte. Ich habe Dorfbewohner. Kann ich was damit machen? Warte. Bevor wir Diamanten abholen können, brauchen wir erstmal neue Eisenspitze. Oh nein. Ich habe nur noch ein Eisen. Sollen wir das denn überleben? Ich weiß es nicht. Okay. 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 Pass auf. Pass auf. Pass auf. Wir müssen zurück in die Höhle. Ich mache mir eine Steinspitze. Okay. Willst du auch eine? Okay. Ich habe alles gut. Nein. Ich habe noch. Okay. So. Wir müssen wirklich nochmal zurück in die Höhle. Komme, was wolle. Aber was war denn das? Was hast du denn da gemacht? Willst du dir was zeigen? Ja. Zeig mal. Guck mal. Wir machen jetzt eine Challenge. Okay? Okay. Eine Challenge. Ich zeige jetzt was. Guck mal. Guckst du mir zu? Ja. Pass auf jetzt. Okay. Bist du bereit? Ja. Oh oh. Das sieht nicht sehr gut aus. Ich glaube, du willst runterspringen und dann Wasser nehmen. Richtig? Nein, du darfst nicht sterben. Wirklich. Alter, bist du lebensmüde? Das hat nicht mal funktioniert. Hör auf. Ist was. Hör auf damit, Mensch. Das darfst du nie wieder machen. Ich schaffe das nochmal. Ich schaffe das. Nein, Lumi. Lumi. Ich schaffe das. Lumi, hör auf. Lumi, hör auf. Junge, lass das. Bro. Bro, wirklich, hör auf. Bro. Bro. Reksi, ich muss das tun. Das ist mir leid. Nein, hör auf. Lass es. Junge, hör auf. Komm da runter. Spinnst du, Alter? Wir müssen hier überleben. Lass das. Reksi. Nein, Lumi. Nein, Lumi. Ich warne dich. Lumi. Ich warne dich. Lumi, hör auf. Wieso bin ich denn jetzt hier runtergefallen? Reksi. Nein, komm da runter. Weißt du, ich schaffe das. Okay, jetzt mach. Komm. Jetzt. Jetzt musst du machen. Ich krieg das nur, okay. Du schaffst das nicht. Hör auf. Komm einfach wieder runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mach das nie wieder, Junge. Du bist dran. Bro, du bist dran. Okay, gib. Mach einfach, du kommst easy nach oben. Mach einfach immer so. Okay. Hochschwimmen. Okay, ich komm mit hoch. Ich komm mit hoch. Wir müssen das überleben, Junge. Was machst du hier? Das ist lebensmüde, was wir hier machen. Warum? Nein. Wenn du das schaffst, kriegst du von mir, kriegst du von mir 100 Euro, okay, Brexit? 100 Euro, okay. Ey, ich muss noch nach oben. Ey, du, das schaffst du schon. Nein, du hast, okay, okay, ich schaffe das. Oh mein Gott. Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Was mach ich da? Was machst du denn, Rexy? Wir haben es gleich geschafft. Bist du oben? Wir sind gleich oben, ja. Alter, ich glaube, ich spinne. Warum? Weil ich immer wieder nach unten falle. Ich bin oben, Rexy. An die Seite. Warte. Warte. Warte mal an die Seite. An die Seite. So. Ja. Okay. Ich bin oben. Gib her. Komm. Lass mich hoch. Okay, okay. Warte mal. Gib mir den Eimer. Warte. Ey, ich darf jetzt nicht sterben. Ich brauche volle Konzentration. Leute, lasst jetzt ein Like da, wenn ihr an mich glaubt. Ey, gib mir den Eimer. Okay. Sag mal. So. Also, ich muss springen und kurz vorher einfach drunter machen. Richtig? Nein. Spam einfach durch. Also, ich kann ja nicht zu spammen. Ich habe Angst. Ich muss einfach spammen. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Das ist viel zu hoch. Ich schaffe das nicht. Ich bin kein Pro-Player. Wenn ich das jetzt verkacke, ist es vorbei. Nein, du schaffst es, Brexi. Okay, okay. Pass auf. Hast du noch Essen da? Ich will noch einmal essen. Ich habe eine Karotte. Willst du noch einmal essen? Okay. Nein, warte. Ich habe... Warte, 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 warte. Guck mal. Wir sind echt Trottel. Anstatt, dass wir die Challenge hier machen, machen wir Experiment. Also, ich muss... Du kriegst 100 Euro, wenn du es schaffst. 100 Euro. Ich muss... Ja, okay. Nein, warte mal. Ich muss mich konzentrieren. Oh mein Gott. Was mache ich denn jetzt, Lumi? Wie mache ich das, Lumi? Ich springe... Okay, Brexi, pass auf. Du stellst dich jetzt hin. Ja. Du schlägst mich nicht. Guck mal am besten in die Richtung hier. Okay, in die Richtung. Du guck da hin. Geradeaus. Perfekt Fokus nach unten hast. Sobald du fliegst, unter dir einfach Wasser sprem, okay? Aber ich... Genau. Ey, hör auf. Warte, 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 warte. Okay, ich mache. Drei. Zwei. Eins. Oh mein Gott. Achso, falsch. Hey, Junge. Lass das. Mach das weg. Okay, okay, ich mache das jetzt. Pass auf. Und ich mache wirklich jetzt, okay? Drei. Zwei. Eins. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Das ist der Beste. Yo. Alter. Dachtest du, ich sterbe oder was? Ja. Yo. Ich kann sogar werfen und dann kann ich das fangen sogar, Alter. Okay, das war's. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ey, wir müssen Diamanten finden. Du dachtest, ich sterbe, ne? Du kleine 31er. Ich dachte, ich sterbe. So, wir müssen zurück in die Höhle rein. Komm. Ja, komm. Aber gib mir Wasser einmal wieder. Nein, ich gebe dir kein Wasser. Du willst wieder nach oben. Ich gebe dir kein Wasser. Niemals. Im Leben gebe ich dir jemals wieder Wasser. Lass mich in Ruhe, Junge. Ich gebe dir mein Wasser. Nein, das ist mein Wasser. Da steht eindeutig mein Name drauf. Oh, wie langsam du bist. Okay, okay. Ich gebe dir dein Wasser. Ich gebe dir dein Wasser. Ich gebe dir. Nein, warte. Wir müssen wirklich... Ey, warte. Hör auf. Ich bin nur noch ein AP. Wir brauchen wirklich einmal kurz Licht. Komm. Lass mal noch einmal versuchen, Diamanten zu finden. Komm schon. Wir brauchen Diamanten. Wirklich. Hast du Dings? Hier, ich gebe dir Fackeln. Hier, nimm mal die Fackeln. Hast du Fackeln gekriegt? Ja. Guck mal, da drüben gibt es doch auch... Hier muss es doch irgendwo Diamanten geben. Wir müssen uns das einfach ins Nichts runterbauen, wahrscheinlich. Wollen wir... Wollen wir... Ey, Junge. Ey, ich habe noch zwei AP. Hör auf. Lass es. Ich habe noch zwei AP. Da schießt ihr. Skill 1, Skill 1, Skill 1. Oh mein Gott. Skill 1, Skill 1. Oh mein Gott. Bist du lebensmüde, Alter? Ey, Junge. Was? Hallo da. Nein. Wie ist denn der Skelett da gespawnt, Alter? Wir haben die Challenge nicht geschafft, weil wir viel zu viel Quatsch machen, Lumi. Freunde, das war es mit dem Video. Hättet ihr es länger geschafft oder nicht? Schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Checkt auf jeden Fall Lumi ab. Link ist in der Videobeschreibung. Er hat heute bestimmt auch ein Video hochgeladen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hey, Grinchback. Du bist mein Lieblings-YouTuber, bitte. Ey, ich kann es gerade nicht glauben, warte.